Jo, hallo alle zusammen. Auf geht's hier im Far Cry Primal zum nächsten Außenposten. Und dahinter ist auch schon die Quest. Zeig ich euch mal ganz kurz. Dorthin und ein Stück weiter gehen wir zu ihr. Ura zu denen. Hallo Jungs. Ja, ja. Wo rennen die? Wohin rennen die denn? Alter, voll die Gegner hier. Was ist das denn jetzt hier los? Kopfschuss. Was ist denn entdeckt oder was ist denn los? So, sagen wir mal hier... ...nach oben. Offen. Trönen. Das war's. So, Lagerfeuer machen. So, Lagerfeuer machen. So, wir zählen, wir zählen, wir zählen und es hat geklappt, Freunde. Boah, geil. So, jetzt vergleichen. Stärke gleich mit dem Sibelsatz. Tiger-Tempo. Der voll. Schleichen zwei. Boah, eigentlich ist der... Ja. Überhalten wir. In general, der Sibelszantiger ist definitiv... ...schneller und ja auch irgendwie stärker. Also stärker gleich, aber auf jeden Fall schneller. So, jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Also hier keine Feinde. Ist unsere Eule nicht cool? Oh, ich dachte, ich kann hier hoch. So, jetzt sind wir aber oben. Okay. Unsere Tasche ist voll. Schöne Blume oder was das sein soll? Pflanze. Wie auch immer. Boah. Mammuts, Freunde, das sind Mammuts. Alter, und das nicht wenige? Geil. Verdammt viele. Verdammt viele. Also die greifen mir definitiv nicht an. Die... Uns alle... Alle in Stücke. Und mach mir auch einen guten Bogen. Boah, ist das ein Vieh. Ja, greifen wir alle an. Dann kommen die alle. Deswegen. Okay. 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 Das war's für heute. Hat der Idiot angegriffen? Alter Schwede. Ach, schauen wir uns mal in Ruhe, Armee. Nein, 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 nein. Bloß weg hier. Bloß weg. Alter Schwede Ab nach oben, ab nach oben Oh, wie stark ist er denn? 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 So, seht ihr irgendwelche Gefangene hier oder sowas in der Art? Oh, wie stark ist er denn? Oh, wie stark ist er denn? Oh, wie stark ist er denn? Wahnsinn Oh, wie stark ist er denn? So, hier müssen er denn auch welche liegen? So, hier ist er denn? Er hat nur stark geblutet, glaube ich So, ab nach oben Ja, geht das? Aber sicher doch So, alle Gegner töten Ich habe mich aber schnell entdeckt hier Toll, jetzt wurde ein Gegner See… Oh man… Oh man… Oh man… Also Deiner hat ziemlich Schiss, glaube ich. Schön plattgemacht. So, ab zum Feuerschen. So, ab zum Feuerschen. So, alles klar. Dann können wir ja theoretisch zu ihr gehen.